so hallo wir machen weiter bei hyrule warriors letztes mal haben wir link seine grüne kleidung angezogen haben einige upgrades gemacht indem wir mehr mit dem kompass gearbeitet haben und ja hier fehlt uns noch ein croc samen und dieser eine croc samen fehlt halt noch in dieser einen mit letzten mission die müssen wir leider noch mal machen und das gehen wir jetzt an damit wir den croc samen weg haben weil ich ja ich denke mal in den in den anderen missionen gibt es dazu vielleicht auch noch mal ein croc da nicht sondern hier muss ich ja reingehen gibt es dazu vielleicht auch noch mal ein croc ich glaube nicht da nicht da nicht da auch nicht da nicht da nicht auch nicht auch nicht da die haben wir alle schon dann hier nix 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 den hammer nix 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 ich glaube das ist der letzte croc der fehlt ich glaube der letzte croc der uns fehlt ist in der letzten mission den haben wir auch ja 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 okay also bleibt tatsächlich nur diese eine letzte mission gehen wir halt noch mal rein verprügeln wir noch mal alles und jeden vielleicht kann man ja das wäre natürlich ein großer vorteil jetzt kann man übrigens austausch jetzt kann auch mit anderen die letzte mission spielen auch interessant okay ja kommt dann soll im pub bleiben ist in ordnung dann müssen wir jetzt auch nicht bedrohen da rein ich wollte gerade sagen vielleicht kann man ja okay kann man nicht vielleicht kann mir den endboss geben wollte ich sagen aber hey man kann es nicht man kann den endboss nicht skippen schade also muss ich jetzt echt alles noch mal spiel für einen blöden croc na gut na gut so sei es was wir jetzt ja wissen bevor ich zum finale gehe kann ich immer noch mal alles durchsuchen na also wenn ich jetzt nicht finden sollte auf anhieb kann ich immer noch mal alles durchsuchen ich werde aber erstmal suchen und dann nachgucken ich werde jetzt nicht sofort nachgucken das möchte ich nicht ich möchte einmal suchen es ist die einzige mission wo ich ein bisschen mehr gespielt habe als zu suchen und dafür dann tatsächlich am ende einer also ich gehe ich gehe auch mann auch nur auch das ist doch bescheuert auch das ist doch ich brauche jetzt moment ich mag nicht auch mann ich meine okay jetzt kann ich wieder einfach nur durch rennen aber auch wie dumm ist das denn jetzt den hätte ich doch finden den hätte ich doch sehen habe ich mich nicht am anfang sogar einmal umgedreht habe ich hier nicht hingekommen ach das ist doch das ist doch jetzt komplett bescheuert ich gehe dann jetzt aber wirklich ganz fix hier einfach durch dann ist aber ganz fix hier einfach durch alter ich habe so ach nee man so ein bullshit boah es hat den falsch getroffen aber ist okay auch geschissen ach ist das dumm ich meine ich bin froh dass ich ihn gefunden habe aber es ich hätte ihn halt so einfach schon mitnehmen können in der hauptmission damals oh man ist das bescheuert ist das bescheuert oh ja 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 Ich muss gleich niesen Moment Vielleicht Vielleicht auch nicht Das Kitzel zu in der Nase Wenn ich gleich niese, bitte nicht erschrecken Das wäre super Wenn ihr einfach nicht erschrecken würdet Okay, cool So, weg mit dir Oh, Mann Alter, das mit dem Krok ärgert mich jetzt böse Das ist was Unnötiges auch vor allem So was furchtbar Unnötiges War ich nicht irgendwo Energie da? Dankeschön Noch mehr Energie Nee, aber Rubinen Meinetwegen auch die So, jetzt wieder gegen die vier Knallpfosten A.k.a. Ganons Flüche Wie er einfach chillt Wie er einfach chillt in der Ecke Und wartet, dass man zu ihm kommt Hier, I am Kollege Schade Porten bringt dir auch nichts Du bist down, mein Freund So Hm Hm So, nomad. Zwei. Es gibt auch keinen Grund dafür, Zelda. So, das war er. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Nee. Ach ja. Zu dir will ich überhaupt nicht, Zornwächter, du kannst mich mal. Hier will ich hin. Ah ja, gut, die Mission geht natürlich schneller, ich bin wieder dumm. Wenn ich... Okay, Mipha ist bei dem anderen. Okay, Mipha ist bei dem anderen. Sehr gut. Wollte grad sagen, wenn ich dann von hier einfach hier bleibe... Weil hier kommt ja dann der Kampf gegen den Roboter. Aber da Mipha grad schon bei dem anderen ist, passt die Geschichte. Dann wechsle ich einfach zu Mipha und sie soll sich um den kümmern. Da teust du, treff ich seine Augen halt nicht. Alter, ist ja gut jetzt. So, weg mit dir. Nervenssäge. Okay. Okay, ich bräuchte ein bisschen Energie. Sind hier irgendwelche Kisten am rumfliegen? Tolle Kisten, danke für nix. Das waren nicht die Kisten, die ich gesucht habe. Sind hier irgendwelche anderen Kisten oder so? Und da esse ich halt nen Apfel. Du hast dich verlaufen, mein Freund. Und die Hölle geht's hier lang. Nee. Na gut. Dann essen wir nachher mit linken Apfel und gehen erstmal zu Mipha. Und die sind ch unterwegs und gehen. Du hast dich her alright, krass! Hier die Fla. Wir können jetzt runter untertiteln. Drei! 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 Ich hatte alle. Eeeee! Drei! ヤ! Drei! W often geht's. Da,oh ja! Komm! Komm! G's 효! Komm! Ja! Come! Ach komm, da hat doch nix mehr gefehlt, ey. So ein Müll. So, jetzt, ey. Das war die falsche Richtung. Ah, da. Sehr schön. Nice. Und tschüss. So, jetzt können wir wieder zu Link wechseln und bei Link geht das Tor auf. So, jetzt geht's das Tor auf. Okay. Ich muss mal ganz kurz hier in die Kisten. Ah, ich kann die Kisten nicht kaputt machen. Okay, ich dachte, ich krieg die Energie. Keine Kisten für Energie. Na gut. Na gut, komm, Zelda. Soll Link sich mal ein bisschen erholen. Oh, ich kann das nicht. Oh, ich kann das nicht. Okay. Soll ich das nicht. Ich kann das nicht. Oh, Du siehst! Das ist doch heute. Ich bin der extinction. Will's der Sinn? Oh, das ist das hier? Ich bin der Sinn. Das hat mich in gehauen Alter Link, geh halt nicht dahin mit deiner geringen Energie Mann Nachher ist es gleich Link ist geflohen oder so So, weg mit dir Heieiei So Nein Nein Ja Falsche Richtung Hol die Energie Link Da ist keine Energie drin Ist hier nirgends Energie Muss ich einen Apfel essen Na gut, erstmal halt einen Apfel Okay Wo geht's weiter Achso, stimmt Bei Mifah geht's weiter Ja komm, scheiß drauf Soll Mifah gegen die Besessenheit Ganon kämpfen Warum nicht Ich kann das auch genauso gut Zurück Nein Eine Keine Zurückaltung Zieh her Sehr schön. Aua, das hat ein bisschen weh getan jetzt. Ich geb mir ja grad nicht mal großartig Mühe, ich will ja nur durchkommen, weil ich den scheiß Krog gleich am Anfang gefunden hab. So, dann soll Mieffa jetzt erstmal weiterlaufen. Ja. 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 Ich bin bereit. Ich bin nicht bereit. Ja. 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 Kann ich tun. Ja. 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 Schlaf, ich beschütze alle. Mama. Ja! Oh, ah. Komm, reicht Abflug. Abflug, habe ich gesagt. Einmal nach oben, bitte. Einmal traurige Sequenz überspringen. Ich glaube, ich kann mit Miva jetzt kämpfen, ich muss mit Link den Finalkampf machen. Ja, okay, verstanden. Dann eben so. Au. Au. Teraku, mach nicht diesen. So, tschüss Teraku, war nett mit dir. Jetzt ist Zelda sauer, jetzt hast du es geschafft, Ganon. Ja, hast du gehört? Das war das Knurren einer wütenden Prinzessin. Essen. Essen. Energie. Ja. Mehr Energie? Nein. Okay. Nice. Ein ganzes Herz kriegt man vorher wieder dazu. Cool. Äpfel. Ja, ich weiß, ich kann Äpfel essen. Ja, ich weiß, ich kann Äpfel essen. Kein Bock. So. Und nochmal Finalkampf. Und nochmal Finalkampf. Oh man. Los. Der sieht mir immer noch viel zu kriegerisch aus. Aber was soll's. Mich fragt ja keiner. Ah, das war dumm. Ich kann ja noch gar nicht an. Oh mein Gott. Ich bin bescheuert. Ich kann ja noch gar nicht. Ich muss ja warten. Au. Da muss man ja nicht warten. Muss man was machen in der Zeit, oder? Ja, danke. Schön die A-Attacke verschwendet, weil ich wieder dumm bin. Ach, Scheißdorf. Ich bin einsam nicht. Geni. Ach, ich bin ein. Oh. 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 Oh, oh. 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 Hinkt das eigentlich was mit Zelda eben vorher ein bisschen so diesen Ring umzudrücken? Dass er diesen Ring um sich hat? Macht es am Ende mehr an? Oh, Mipha hat ja hier zweimal A-Attacke. Dann können wir ja gleich mal hier reingehen in die Masse. Oh, Link hat wieder volle Energie. Wann hat denn die... Oh, wann hat denn der die Energie bekommen? Okay, cool. Fühl dich. Wann hat denn Link seine Energie zurückbekommen? Coole Sache auf jeden Fall. Habe ich nichts dagegen. Es war kein Level-Up, weil sonst hätte Link auch seine A-Attacke voll. Es war kein Level-Up. Es war irgendwas anderes. Ich weiß aber nicht was. Ist aber auch egal. Macht auf jeden Fall die Sache deutlich einfacher jetzt. Wenn man halt gerade einfach zu faul ist, vernünftig zu kämpfen und einfach nur durch will. Alles nur wegen einem Schiss, Krok. Und ciao. Ich weiß nicht. Ah, okay, eine höhere Verkaufszeit ist dabei. Na gut, ein kompletter Part, nochmal die letzte Mission gespielt und der Krog war einfach genau am Anfang. Ich könnte mich so aufregen, aber hey, es ist wie es ist, ist halt ein Part mehr, den wir verschwendet haben. Ich kann es nicht ändern, so, jetzt ist die Mission Blutmond, ja, ne, ist klar, kannst mich mal. Das war jetzt aber die letzte Rassel. Jo, das war die letzte Rassel. Okay. Damit gibt es auch keine Krogs mehr. Also Kisten und Krogs haben wir damit erledigt. Very, very nice. Dann kümmern wir uns doch gleich mal schnell um die ganzen Geschichten hier. Wir können wieder ein bisschen was machen, einmal können wir hier verkaufen. Ich sagte, wir können hier verkaufen. Wo ist es? Da. Da ist es 626. Alles klar. Weg damit. Dann hatte Link was zum Kombinieren eingesammelt. Und zwar... Das Ding. Nee, das ist die Glückskelle. Irgendwas anderes hat er noch zum Kombinieren eingesammelt gehabt. Und... Ah, den Exilbummerer. Okay. Vielleicht haben wir ja Glück und es wird noch eine bessere Kombination als eh schon. Kein Glück. Na, ist es halt so. Komm, wir machen noch auf Stufe 27 machen wir es noch, das Ding. Na, was weg ist, ist weg. Jawoll, Stufe 27. Ab dafür. Sehr schön. Gut. Aber irgendwie klingt 41 nicht wirklich... Ach so, Link hat eine Stufe 1 einfach mehr. Alle anderen haben 40 oder wie? Ja, okay. Ist auch in Ordnung. Nee, Zelda auch 41. Ja, gut. Warum auch immer. Ach, vielleicht weil die... Ah, weil die eine Waffe haben, die vorgegeben ist und diese nicht weg... diese nicht loswerden können. Vielleicht deswegen. Das könnte sein. Das würde Sinn ergeben. Okay, dann können wir bei Zelda jetzt mal schnell Folgendes machen. Also... So ist das alles plus Monster-Teile. Das verstehe ich jetzt nicht. Hä? Hä, ist das alles plus Monster-Teile 5%? Was? Und dann ist es auch egal! Hä? 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 ich denn gerade für ein Quatsch? Ich will den hier verbessern. Jetzt ist es Schaden durch Sprintangriff, das macht Zelda aber auch nicht. Hä? Wo kommt denn das jetzt her? Wieso ist denn das jetzt? Ach, bist du was? Scheiß drauf. Ah, ne stopp, ich will ja nicht. Ah, ne genau das war ja der Punkt. Und ich wollte ja nur ganz knapp über die 20 kommen, weil ich bin ja dann auf dem Höchstlevel und dann geht es ja nicht weiter. Wenn ich da noch mehr reinpacke, würde es ja gar nichts bringen. Das ist ja der Punkt gewesen. Ja genau und jetzt macht er den. Das Spiel hasst mich heute. Das Spiel hasst mich heute einfach. So ein Ding ist das. Das Spiel hasst mich heute einfach. Nix an, das ist reines Mobbing. So. Damit bin ich zufrieden. Danke fürs Zuschauen und tschüss.